Yo, yo, yo! Ich glaube, ich muss nicht mal daran erinnern, wer ich bin. Ich bin der f***er Drachen, Leute, Alter. Gott, Alter, Gott, der Master, Alter, Master. Macht wieder einen Meme draus, mir ist scheißegal. Was geht ab, meine Freunde? Willkommen zu einem neuen Video von... Mio! Go crazy! Wir werden das ein oder andere Mal das Mikrofon anhaben. Vor allem, weil es einen speziellen Bug in Party Royale gibt, der so lustig ist, Digga. Also von toxischen Spielern bis zu Fortupt ist wieder alles dabei. Und ich würde sagen, wir f***en auch nicht lange mit dem Video. Mich würde es auf jeden Fall freuen, wenn ihr diesen Kanal hier abonniert, die Glocke aktiviert und ein Like da lasst. Und natürlich, wenn ihr in den Shop als Unterstützer einen Creator ZYZZ eintragen würdet, annehmen. Bam! Go crazy! Es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben. Ich würde sagen, wir sehen uns dann jetzt im Party Royale. Aber ich würde sagen, Abflug, Junge! Man! Gucken wir mal, was hier so abgeht. Die beiden haben auf jeden Fall ein Mikrofon an. Macht der, Digga. Ich glaube, er schleicht sich an die drei Girls hier ran. Cheerleader-Effekt, Bro. Denk dran, ne? Frauen in Masse sehen gut aus. Wenn sie alleine sind, sieht es anders aus. Wir wollen dann zu dritt eine Mädelsparty machen, Junge. Und er nervt hier einfach. Hier ist kein Testosteron erwünscht. Raziel, what are you doing? Are you a German dude? Look at this drift skin. He is looking for some ass, I swear. Here, this guy, man. This guy, look at him. Look at him, look at him, Bro. What is he doing, man? He looks on the ass from the haze. Sheesh! Wir holen jetzt mal einen schönen, leckeren Skin. Und wir machen dann den Hüftschwung. Und dann mal gucken, was der Drift Skin macht, okay? Look, look, look at him, look at him. Oh mein Gott, man. What is he doing? Go stupid. Go stupid. Oh mein Gott, ein toxischer Iconic Skin. Hatten wir auch noch nicht, Junge. Special Suffix, why are you doing trash? What are you doing here? Why machen so? Is he a toxic player, Bro? Yeah? No? She tried to simp. What, what? She tried to simp. Ah, to simp. Oh, shit, Bro. Yeah, here too. You, you, you German, Bro? No, or? No, no. No, no, okay. Look at this guy, Bro. Bro. What is your problemo? You're trash, Bro. You're trash, man. Ist das dein seltenster, Bruder? Murak? Ja. Ich rassier euch. Soll ich dir mal meine zeigen? Okay, Bro, dann lass da hinten mal zu umkleiden. David, dann setzen Sie sich mal hier hin. Season 2, Digga. Soll ich dir Season 1 zeigen? Yes, Sir. Yes, Sir. Yes, Sir. Yes, Sir. Guck mal, mein Backblick. Was ist diese andere? Okay, jetzt holt er noch einen raus. Was holt er jetzt wohl raus? Da bin ich mal gespannt. Oder das ist Season 4. Soll'n der Scheiß hier? Er holt Season 4 Skin raus, Junge. Und macht Eldance, Digga. And he is flexing with Elite Agenten, man. And Eldance, Bro. Hast du jetzt Mikrofon angemacht? Ja, ja. Warum die sind Eldance gemacht? Ja, so wenig. Weißt du nicht? Eie. Mann! Warum haben die Mikrofon nicht an, Digga? Egal, das ist eine komplett neue Lobby. Ich würde sagen, wir gucken einfach mal, was hier abgeht in dieser Lobby. Auch jetzt mal ohne Mikrofon. Weil es ist wirklich sehr, sehr schwer, in eine Party-Royal-Runde reinzukommen. Wo die Leute auch miteinander reden. Und vor allem, wo sie auch deutsch sind. Okay, 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 okay. Oh mein Gott! Okay! Siehste, da kriegst du schon einen Pümpel gegen den Kopf, Junge. Gerade die Lobby gestartet und schon siehst du sowas. Junge, ist das dein Ernst, Digga? Was ist, wenn das einer bei dir macht? Ja, Mann. Mach weiter so, Junge. Ja, Fluschkopf. Komm, drauf da. Schieß. Ja. Perfekt. Taco-Kopf, helf uns mal, Junge. Yes, das ist nicht richtig, was hier nicht geht, was hier geht. Das ist nicht richtig, Junge. Das ist nicht richtig. Das ist falsch. Nein, 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 nein. Oh, jetzt macht die Zoe auch noch mit. Taco-Kopf, was machen die? Ja! Ja! Taco! Da ist auch maximale Versammlung, Digga. Ach, die fahren hier mit dem Zug. Digga, fuck die Leute doch nicht ab, Alter. Was machst du, Junge? Musst du Leuten den Spaß verderben, oder was? Ich f*** dich, Amund. Wieso? Nee. Ich fassier dich mit Champollat. Nee. Nee. Nee, das ist nicht gut. Mach Auge, Digga. Mach Auge auf dich. Tam Delia, mein Akkorn. Ich geb euch richtig böse. Ja. Ach so, da, nee, oder was? Ja, Bro. Pass auf, Junge-Bursche. Wenn du Liebe brauchst, weil du zu wenig Aufmerksamkeit bekommst, musst du mir einfach nur Bescheid sagen. Mann! Mantax Justus und Hila Tulia. Schiech! Diese Namen, Junge. Musst du auch erst mal draufkommen, auf so einen dummen Namen. Genauso wie System. Go crazy! Okay, die Putzen schon mal hier. Finde ich gut. Macht richtig. Schön, 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 schön. Die Putzen hier auch, Junge. Sind hier jetzt auf einmal eine Putzkolonne geworden, oder wie? Mantax, was gehst du so ab, Junge? Hallo. Mantax. Was willst du? Ey, Bro, ich bin eine Millisekunde drinne und der Justus, der weiß direkt Bescheid hier, Junge. Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen, Junge? Der will mich verarschen, Digga. Hallo? Hallo? Bist du der von TikTok? Ja. Hallo? Kannst du mir deinen Ghoul zeigen? Meinen Ghoul zeigen? Digga, jetzt mal ohne Spaß. Ich bin gerade in die Lobby reingekommen. Wusstest du das direkt, oder was? Ja. Junge. Was machst du hier in Party Royale? Nix. Nix? Sag mal, was machst du hier? Nix. Einfach nur chillen, oder was? Keine Chica suchen. Nee. Nee, sicher? Sag die Wahrheit. Mach ich nicht. Nee, überhaupt nicht. Mahee. Mahee, are you German? You're not German? Ich glaube, der versteht mich immer. Ich habe gerade noch ein Video von dir geguckt. Auf TikTok, oder was? YouTube. YouTube, lol. Ja, schmeißt mir Tomaten, Digga. Crack Kids, at it again, go! Ja, ich check nicht, was möchte der Digga. Hora. Lass dir mal zusammen L-dänzen, ich sag dir ehrlich, Bro. Okay. Lass mal zusammen, Digga. Du bist, du kannst schon so ein richtig toxischer Boy sein, ne? Junge, er hat schon Spray vorbereitet unter Favoriten und so, Junge. Das sind die Experten. Denkste? Von der Renegade. Ja, das lieb der Bett. Ich habe nur zwei seltene Tänze. Digga, was holt der für Skins raus? Was ist das? Was ist das, Digga? W-w-w-bro. Der war schon mal Tag noch drin. Was macht der? Aber der ist doch übel toxic gewesen. Der kam so direkt mit Tomaten werfen. Die ist das, Junge. Gucken, was der jetzt macht, Digga. Du. Okay, ich bin dein nächster Lobby, ja? Oh. Da weint er noch, Junge. Man. Okay, wir sind hier wieder in einem komplett neuen Lobby, Digga. Wenn ich schon diese Flügel sehe, das nehmen immer Leute, die mit Tänzen flexen, Digga. Liongea. Are you German, my Bruder? Ja. Stimmt, Digga. 1, 8, 7. Ja, nochmal, Digga. Warum spielst du den Modus? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Guck mal, Digga, was soll der Scheiß hier schon wieder, Junge? Den Tanz habe ich schon eine Million Mal gesehen. Ich sag dir ehrlich, das macht jeder hier. Guck mal, da ist schon, guck mal, da sind wieder diese Nosekins, Digga. Guck in dir an, Junge. Die machen einfach überall, Digga. Das sind keine Nosekins, die Fake. Ja, ja, Digga. Tun wir uns, Digga. Guck mal, der ist toxisch, Digga. Guck in dir an. Und der ist einfach Level 90 oder so. Das ist ein Deluxe. Mal gucken, was der macht, Digga. Geh mal um, Kleide, Digga. Digga, der glaubt, ich glaubt, der möchte erstmal, dass ich reingehe. Geh rein, Digga. Geh rein, hol dein Skin. Geh. Geh. Hol, Junge. Hol, jetzt auf einmal bin ich eins. Hol. Guck mal, der war gerade übeltoxic. Jetzt auf einmal macht er so eins Emoji. Jetzt mach ich mal Z, Bruder. Ja, jetzt versteckt er sich. Der akzeptiert seine Niederlage. Da muss man einen Daumen nach oben geben. Als Skull Trooper macht er so Faxen immer. Aber er akzeptiert seine Niederlage. Das ist schon mal gut. So ist gut. So ist gut. Ich will mal gucken, was der für ein Gleiter hat. Komm mal her, Junge. Der soll mal kommen. Okay. Der hat nur den Mako-Gleiter. Der ist aber auch gut. Vertragt euch jetzt. Macht Faust, Junge. GG. Für Frieden gesorgt. Für Frieden gesorgt. Da ist er auch rausgegangen. Mann. Ach du Scheiße, Junge. Was geht bei denen? Sag mal an. Was geht bei denen? Wo willst du mich mitnehmen, Junge? Wo willst du mich mitnehmen? Willst du mich hier irgendwo in die Cafeteria entführen, oder was? Wo will der mit mir hin, Junge? Der will doch was Schlimmes mit mir anstellen, oder nicht? Wo will der hin, Junge? Ich weiß ganz genau, was der vorhat. Ich lass mich jetzt einmal kurz drauf ein. Entweder will er mich verarschen. Oder der macht diesen anderen Move. Sollen wir mal testen? Komm, wir gehen rein. Oh, shit. Ah ja. Wir wissen es ganz genau. Achte jetzt, Bro. Achte. Achte. Guck mal, wie der... Guck mal. Oh mein Gott, Junge. Nein. Bro. Go stupid. Bro. Das ist so ekeler für mich gerade. Ich sag dir ehrlich, Junge. Scheiße, Digga. Scheiße, Junge. Was passiert hier? Nein, hör auf. Lass sein. Wir müssen hier raus. Das ist mir zu eklig. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht ab. Ich kann es nicht übers Herz bringen, Junge. Das... Nee. Das machen wir nie mehr wieder. Das ist das erste und letzte Mal, dass wir das gemacht haben. Okay? Nie mehr. Herr Fisch, komm. Bye-bye. Küsst dein Ohr schon mal. Ey, drei World Cup-Skins hier am Start. Eie. Weil jetzt bin ich hier komplett, Junge. Ach, die wissen jetzt auf einmal alle Bescheid, oder was? Wisst die jetzt auf einmal alle Bescheid, oder wie? Ihr seid bestimmt alle vier in eine Lobby, ne? Ja, 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 ja. Drei World Cup-Skins, ein Black Knight und eine... Oh, shit, bro. Was passiert hier? Wir wissen ganz genau Bescheid, Junge. Ah, ja. Soll ich den Ficke? Okay, Bruder. Ihr möchtet bestimmt jetzt nochmal einen OG-Skin sehen. Er möchte, dass ich raushole. Mein Name ist f-f-f-f-f-fresh. F-f-f-fresh. Nimm wir Arial-Assault-Trapper. Oh, shit. Da gehen sie zu dritt. Da machen sie zu dritt den Punkt. Wo führt der mich jetzt schon wieder hin? Oh, shit! Speedy-Gonzalez, oder was? Holy. Der ist ja richtig auf Drip, Junge. Zeig euch jetzt auch mal was. Komm mal mit. Komm mal hier hin. Achte jetzt, Junge. Das ist so gut, Digga. Das ist so gut, dieser Bug. Wir machen nochmal. Geh mal auf. Digga, oh shit, Junge. Oh mein Gott, Bro. Was passiert hier? Was passiert hier, Digga? Oh mein Gott, der Black Knight kann das auch, Bro. Okay, ich bin da mal weiter, ja. Oh mein Gott, Ehrenmänner. Ich schaue. Gute Diese, Junge. Gute Diese.